jo liebe leute herzlichen willkommen zum bus-tubulator 21 wir sind dabei zur hälfte geschafft kaufen elektrobusse das machen wir haben jetzt ich habe zwei meiner busse jetzt verkauft wir sollen 20 prozent kaufen das heißt ich brauche jetzt wieder zwei stück dann machen wir das doch ich brauche ich brauche zwei elektrobusse habe ich die kohle dafür das ist die große frage ich fühlte mich um in die wille ich wollte die jungen die gelenkmuster verkaufen ich brauche eigentlich was hast du jetzt gerade? wieso steht denn der jetzt hier? warum auch immer der jetzt einfach hier steht ach so wie der schnellreise okay der ist eh nicht geplant gerade so wir brauchen gas ich habe ja umgestellt ich habe ja meine einstellungen aufwendet wir brauchen elektrobusse 300 günstiges kraftstoff reicht nur die ziel heim zum schaden 390 380 ernsthaft wenn wir den heim jetzt gerade müssen wir noch einen zahltag erreichen was haben wir denn hier was ist das für feiner? das ist ein bluebird ne? ey b b b b b b y d die haben wir noch gar nicht gefahren also kaufen wir den Boah Alter, ist ja laut. Aber ist dafür extrem leise. Schön, mein Kollege. Ähm. Ja. Wo ist sie? Okay. So kann das auch machen. So. Mindestens 120 Pusse sind Elektrombusse. Das heißt, wir müssen... Wo hab ich denn jetzt runtergenommen von der 4, ne? Kalenta. Ja. Vollzeitbus. Dann immer die BYD dafür drauf. Dann bauen wir den nämlich... Bauen wir den auf die Route 4 jetzt ein. So. Was haben wir denn noch auf der Hand? 464.000. Ich ärgere das gerade. Ich muss jetzt nochmal einen Zahltag erreichen. Ich brauche jetzt doch mal 200.000. Okay. Wir müssen also nochmal neue... Doch mal Routen fahren. Minimum zwei neue Routen fahren, damit wir wieder Kohle rein kriegen. Und für die Kohle brauchen... Also wir nehmen jetzt einen Zahltag. Wir haben jetzt Routen... Ja, wir müssen doch... Wir müssen den Zahltag holen. Ja, doch. Alles klar. Okay. Nicht schlimm. Wir nehmen jetzt eine alte Route. Das heißt... Jetzt fahren. Forth and Nimitz brauchen wir. Müssen wir hin. Ah, die ist hier. Forth and Nimitz. Forth and Nimitz. Wir nehmen den Bus sogar mit. Das dürfen wir ja jetzt. Haben wir ja umgestellt extra. Wir müssen jetzt zwei Zahltage erreichen. Quasi mehr oder weniger. Forth and Nimitz. Forth and Nimitz. So, Forth and Nimitz. Moin se. Aus dem Bus übernehmen. Wir müssen jetzt die 380.000 sozusagen kriegen, um die Brüste zu fahren. Ja, wir müssen nur die 380.000 zusammen kriegen, um die Brüste zu fahren. Um die Brüste zu fahren. Brüste wir. Gute wählen. Was Wählen. Moin se. ich brauche eine fahrkarte danke scheiße wenn ich euch rübergebe oder gar nicht das ist ja der wager wir müssen jetzt mit den zahltag erreichen hey da ist noch ein ticke tageskater So. Jetzt müssen wir noch mal in die Lackiererei irgendwann schicken. Der Kleineren eine gute Nachtgeschichte vorgelesen. Sie kann noch nicht lesen. Also hat sie sich anhand der Bilder eine Geschichte ausgedacht. Das war so süß. Ist auch cool. Definitiv. Jetzt ist es mal ganz uninteressant, was da eigentlich so die... Hören wir noch kurz. Oh, da steht ein Rollstuhlfahrer. Ja, wir brauchen hier nur 2-3 Tage, dann sind wir da. Das machen wir auch oft. So wollen wir die machen. Hallo. Okay. Warum das man schon nicht will? Wehe ich nicht, aber gut. Okay. Ja, wir brauchen hier, wir brauchen. Wir brauchen hier einen Handwerk. Wir brauchen hier nur eine Handwerker auf den Weg einfachen. Na ja, wir brauchen hier auch oft zu hören. Mal wieder. Ich mache. Die Fütterung der Seelöwen da ist toll, ich mag es, bis sie die Fische schnappen. Die habe ich schon gesehen eben. So. Ich gucke gerne Droneswarm und spiele gerne Spring of Affection. Ach nein, ich gucke Swarm of Affection und spiele Droneswarm. So ein China Town. Boah Alter, das ist das Problem, wenn die einfach mal kurz... ... da liegt das aber gerade extrem. Ja, da habe ich schon verzeiht. 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 Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Danke. So, City Hall Nord. Ja, ich will nehmen jeden positiven Punkt mit. Ich habe gerade in meiner anderen Pose vergessen. Ich will nehmen einen positiven Punkt mit, damit wir relativ eine Zeit nach dem Zeitstag haben, dann haben wir ja hoffentlich diese Route noch. Ja. Ich fühle das immer lustig, wie der... Ich fühle den plötzlich irgendwie gerade. Boah, der deckt aber gerade extrem. Ja. Oh ja, der restliche Linie ist ganz schön. Halt in der Lage, die Position ganz viel jetzt gerade. Also, sie kommen jetzt noch ganz viel jetzt gerade. Wenn wir die Rampe mit? Hi. Einfache Fahrt bitte. Äh, ja. Ich rufe Tobias an und bitte ihn nach ihr zu sehen. Manche Musikschung ist von All Directions, die kann mir besser werden. So. Hat jemand meine Katze gesehen? Ich höre sie reden, aber ich weiß nicht, wo sie herkommen. Wie gesagt, wir brauchen 380.000, um einen Bus zusammenzukaufen. Wir haben jetzt mal noch irgendwas. Wir brauchen eh noch einen Zahltag. Den ersten von einem Elektromus haben wir ja schon. Ich brauche noch einen, um die 20% voll zu können. So, haben wir schon mal gemacht. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ich muss unbedingt noch Katzenfache kaufen. Äh, normale, einfache. Okay. Ich habe hier kürzlich selbst ein Benjo über den Kopf gezogen. Hier muss ich rein, ne? Scheiße. Ich habe die Haltestelle verpasst. Oh, gekappt. Ich hätte mich getan jetzt gerade. Ich habe die Haltestelle verpasst. Oh, war das ein Eichhörnchen? Ich habe das nicht, ich habe es nicht. Ich habe das nicht. Wir müssen sehen, wie sie fahren. Wir brauchen halt gesagt den Zahltag noch. So, muss ich... Einmal der Außenruhe. Okay. Ja, wir müssen jetzt noch Routen fahren, damit wir... Ich fahr nachher noch mal die Route 10 da, weil wir müssen ja, um eine Mission aufzubauen. Och, komm schon. Na Z, du drückst dich doch rechts an mir vorbei! Bist du denn für einer? Ja, ich weiß. Was ist denn der eingeschlafen? Da. Oh, noch ein Schwarzfahrer! Und noch einer! Noch einer! I love it! Was? Wieso sehen Sie mich überhaupt? Dieser Zauberer sollte mich unsichtbar machen! Ja, ich hab jetzt kommt jeder vor dem kurzer Zeit vier, fünf Parkel. Das war aber die nämlich halt mit, die Typen, weil das ist ein Automat, 7,800 Euro. Ja, Dollar oder was auch immer. Boah, da geht aber ab, der Kleine! Ich steh mir mal Limiter rein, weil er damit riecht hier! West Oakwood Bay! Ahaha, nimm mal mit! Du solltest ja gar nicht rauskommen, aber nimm mal mit! West Oakwood Bay! Halt! Warte mal, warte. Du hast ein Ticket. Halt! Ok, ich werde mal mit! Ach, das war der Kollege. Ich dachte, wie gerade der Blitz zeigt aus. Das ist nicht die Haltstelle. Ich bin mal so frei. So, dann nehmen wir noch mal eine andere Strecke. Nimm mal die mit, dass wir den jetzt erst mal gerade Bus sein. Moinsinn, ich brauch mal eure Tickets kontrollieren. Ja, blöd, ne? Noch einer. Noch einer. Scheiß, brellet sich ein Preller hier. So. Guck mal, Leute. Stur. Okay. Sie waren schon bei mir. Das ist mir scheißegal, ich mach schon alles. Komm her. Und noch einer. Sehr schön. Toll, danke. Schatz, 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 Schatz. so steht denn ich stehe auch schon die ganze zeit da gefühl wieder rein und wir brauchen die mittelzeit damit wir noch eine mission schaffen noch ein paar gesteigen das ist ja blöde wir brauchen den elektrobus so von schalen da habe ich jetzt aber gerade dass ich zu mir jetzt wird auch die letzte mission sein die karte mache ich möchte jetzt zahltag und dann haben wir noch ein bus kaufen dann heute gute musik ich bin recht abgewogen und hat das ding benutzt naja egal alles gut nicht aufregend meine enkel haben einen neuen hund den sie sehr lieb haben so können wir mal kurz vorbei das dürfte die route gewesen sein nach greenwood diese express route die wir neu aufgebaut haben ich hatte dass die die schnelle route die war ja auch davon mit drei minuten fahren sollten ja letzte folge oder letzte folge war das glaube ich ich habe jetzt der folge war es ich bin vor ein paar tagen hoch nach nexai die haben das sieht von dort fantastisch aus ja ja für dich für all directions uah ich glaube wir haben einen guten tag dann haben wir fast das dicke können wir sogar nicht fast bei beenden weil dann nehmen wir nämlich noch mal den rest der route von den händen über die npcs ich brauche eine na komm so nix ist die fisherman point oder der fisherman point so damit er nicht wieder halten wird der gerade ausgeblinkt da dürften wir den elektropus kaufen und dann haben wir auch unsere mission erfüllt dann neue feierabend sehen wir uns in der nächsten folge wieder kaffee morgen wahrscheinlich aber weiter die karte ist ich weiß nicht dass ich die kenne ich glaube dass wir eine gute kohle kriegen jetzt gerade im minimum 53.000 auf der hand das hat fast 50.000 für die busse ich brauche den bus jetzt nicht mit ihm ich möchte jetzt nicht mit ihm du kannst wieder auf deine roterfahrer verschwinden mein freund ich gucke jetzt mal ob es reicht ich darf jetzt kein bus noch mal verkaufen das ist das problem an der sache elektro kosten der 380 390 kurz gleich ab 400.000 ich kurz gleich habe wir bräuchten doch noch und sollte ich dachte mir ich habe jetzt schon alles durch ja und fehlen jetzt ich habe ja die kohle nicht dafür ich kann so du fährst jetzt mit dem bus sie weg das nervt mich gerade ich muss jetzt eine kurze route finden um zahltag zu kriegen wie geht denn in der nächsten nächsten folge an ich muss in der nächsten folge muss man noch mal zahltag triggern damit wir doch ein elektro noch elektrobus kaufen können und das geben wir dann bis dahin und tschüss beim bus sie mal 21 bis dahin und